Hey, mein Name ist Susanne, ich bin 32 Jahre, ich komme aus Hamburg und ich habe das Ryssiv gebucht, weil ich meine spirituelle Ader wiederfinden wollte. Ich hatte das Gefühl, die war gar nicht mehr da und ich war schon ich selber, aber ich habe einfach gemerkt, da ist einfach noch viel, viel mehr in mir. Und die Tage hier waren extrem besonders. Einmal waren die Gruppen super schön aufgeteilt. Es waren nicht zu viele Leute, das war das eine. Das andere war die Sachen, die man gemacht hat, von der natürlichen Bewegung hin zurück, wieder zu sich selber, zu seinem Inneren, zu dem, was man eigentlich oder wer man eigentlich ist. Und dieses ganze Retreat ist einfach ein Wahnsinnsgeschenk. Also es ist für wirklich jeden gemacht, der auch mal wirklich einen Cut vom Alltag braucht und einfach wieder zu sich finden will. Ich kann es wirklich vom Herzen jedem empfehlen.